US-Außenminister John Kerry hat's getan, der langjährige deutsche VW-Chef Ferdinand Piech ebenso und auch der Schweizer Regisseur Mark Forster. Der Besuch eines Schweizer Internats gilt als Start für eine lukrative Karriere. Aber es ist gleichzeitig die wohl teuerste Investition, die Eltern für die Ausbildung ihrer Kinder tätigen können. Bis zu 130.000 Franken kostet ein Jahr. Privatschulen machen, was in der Schweiz verpönt ist. Sie verdienen Geld mit Bildung. Bildung wird zum Business. Was das heisst, zeigt Manuela Siegert. Ein Unternehmen mit einer besonders schönen Fassade. Kein Wunder, geht es hier ja ums Denken, ums Werden, um das ganze Leben. So this is your iodine solution. Bromine-Water, Chlorine-Water. 200 Internatsschüler aus 35 Ländern mischen sich im Lyceum Alpinum in Zuots. Wohin der Weg aus den Bündner Bergen sie einst führen soll, wissen einige unter ihnen schon sehr genau. Mein Wundervier wäre Portfolio Manager, würde ich sagen. Und erstens, ich will, dass ich nach St. Gallen gehe, an die Universität da. Und von da nach Credit Suisse oder UBS, würde ich sagen. Ich will Wissenschaft oder Mathematik studieren. Und ich werde zurück nach Mexiko gehen und dort studieren. und vielleicht später noch einen Master in den USA machen. Nicht nur die Schüler haben bereits das Business vor Augen. Die Schule selbst ist eines. Und Rektor Balzmüller, dessen Geschäftsführer. Es ist natürlich ein kleiner Spagat. Einerseits als pädagogische Institution, in der man nie an einen Profit denken durfte, andererseits aber auch das Bewusstsein, dass die Schule nur vorwärts machen kann, wenn wir auch einen Gewinn machen können und reinvestieren können in dieses Unternehmen. Wir sind in einem weltweiten Konkurrenzkampf. Und ohne dass wir in Qualität investieren, würden wir nicht überleben. Das Lyceum Alpinum dient gleichzeitig als Kantonsschule für 100 Jugendliche aus dem Engadin. Besonders lukrativ aber sind die Internatsschüler. Schau mich, wo ihr seid. Es sind wertvolle Jugendliche, die hier verköstigt werden. Pro Kind und Jahr fliessen rund 80.000 Franken in die Kassen. Ihre Eltern sorgen somit für 90 Prozent des 20-Millionen-Umsatzes der Schule. Beträge, die viele Kunden aus dem umliegenden Ausland nicht mehr gutieren. Vor allem wegen des starken Frankens. Ganz sicher ist der Euro-Raum ein Problem für uns. Seit dem Euro-Schock, 15. Januar, haben wir einen deutlichen Nachfragerückgang aus dem Bericht Deutschland und auch Italien. Das sind eigentlich unsere Stammmärkte bisher. Was heisst deutlich? Deutlich. Schwierig. Das könnte ich nicht unbedingt in Prozent ausdrücken. Wir merken einfach gefühlte 50 Prozent weniger. Inzwischen muss Balz Müller in die Ferne blicken, um seine Kundschaft zu finden. Er hat die Marketingabteilung aufgestockt und er bearbeitet neuerdings vor allem grosse Schwellenländer. In wenigen Tagen fliegt er nach Indien. Ich würde sicher das Thema Cricket zum Vordergrund stellen und vielleicht noch mehr Bilder ausdrücken von der schönen Landschaft. Weil die Luft ist ja ein grosses Thema in Indien, die grosse Luftverschmutzung. Ich denke, auch eine Karte könnten wir noch herstellen von der Schweiz. Wir sehen jetzt auch gerade, dass wir bei St. Moritz sind. Die ganze Welt als potenzieller Markt. Private Bildung ist zu einem globalen Business geworden. Inzwischen breiten sich arabische und fernöstliche Bildungskonzerne aus bis in die Schweiz. Am Genfer See etwa hat der Konzern Gems aus Dubai 2013 eine Schule eröffnet. Auf 14.000 Quadratmetern ist Platz für 900 Schüler. Viel Technik im Unterricht und Ganztagsbetreuung für 2- bis 17-Jährige. Es hat noch Platz für Kinder. Viel Platz. Nicht einmal ein Viertel der Plätze ist belegt. Noch ist diese Schule ein Verlustgeschäft für den Mutterkonzern. Der Pachtvertrag aber zeugt vom Glauben an die Zukunft. Er läuft 30 Jahre. Eine halbe Stunde entfernt vor den Toren Genfs, das Collège du Le Mans. Die Tages- und Internatsschule gehört seit letztem Jahr dem Hongkonger Konzern Nord Anglia Education. Für Rektor Thomas Schädler heisst das, er ist Teil einer weltweiten Gruppe von 42 Schulen. Wie bei allen anderen Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden, ist eigentlich Wachstum das, was gesucht wird. Und unsere Idee vom Wachstum ist, dass wir jede Schule natürlich einmal grösser werden lassen. Aber das hat ja dann auch Limite. Aber dass man in den nächsten 5-10 Jahren einfach die Anzahl von Schulen auch will vergrössern. In der Romandie gehören drei weitere Schulen zum Konzern. Weltweit strebt Nord Anglia in den nächsten 5 Jahren eine Verdopplung an. Die Entwicklung im globalen Bildungsmarkt zeigt nach oben. In der Bank Julius Baer hat man die aktuellen Wachstumsprognosen ausgewertet. Das Marktpotenzial ist enorm. Heute wird der Bildungsmarkt auf 5,6 Billionen Dollar geschätzt. Für 2017 rechnet man damit, dass er auf 7,8 Billionen anwachsen wird. Innerhalb von gerade mal einem Jahr. Amanda Cain hat an einer Studie mitgearbeitet, die die Gründe für den Trend im Bildungsbereich aufzeigt. Weltweit beobachten wir, dass eine gute Ausbildung immer wichtiger wird. Sie führt zu besseren Jobs, zu mehr Verdienst. Hinzu kommt, dass Regierungen in schwierigen Zeiten bei der Bildung sparen. Damit kommt der privaten Finanzierung eine grosse Rolle zu. Die Menschen haben erkannt, dass man in diesem Bereich investieren muss. Es ist ein Investment, das sich später auszahlt. Für sich selbst oder für die Familie. Für die Analystin ist es nur logisch, dass Konzerne wie Gems oder Nord Anglia derart stark expandieren wollen. Auch im Lyceum Alpinum in Zuorts sind die globalen Bildungskonzerne keine Unbekannten. Ja, wir sind wirklich schon angefragt worden, ganz konkret. Und ich glaube, wir sind eine Schule, die auf dem Radar ist von diesen Investoren. Wir sind also interessant für sie. Aber wir bleiben unsere eigenen AG. Die Aktionäre kommen aus der Region oder es sind ehemalige Schüler. Sie haben einst selbst unter den strengen Regeln des Internats gelebt. Züchtige Kleidung, reglementiertes Lernen, verlassen das Campus nur zu festen Zeiten. Internatsschüler wie Genebra aus Mexiko oder Rebecca aus Zürich verbringen prägende Jahre ihres Lebens hier. In Doppel- oder zum Aufpreis von 5'400 Fr. in Einzelzimmern. Reinigungsservice inklusive. Ich wollte unbedingt hierher kommen. Einfach allgemein ins Internat. Ich finde es cool, Leute kennenzulernen und mit Leuten zusammenleben. Und nicht immer bei den Eltern sein. Nein, also mir gefällt es sehr. Und man kann halt auch immer etwas machen. Also wenn einem langweilig ist, kann ich ins Zimmernebentrager klopfen und fragen, was sie gerade macht. Aber sind die Regeln nicht strenger als zu Hause? Doch, das schon. Stört dich nicht? Nein, natürlich nicht. Nein, es ist schon sehr gewinnig bedürftig. Die Schule steht auch für eine Null-Drogen-Politik. Zur Kontrolle werden unangekündigte Urintests durchgeführt. Wer erwischt wird, fliegt. Mit jedem Delinquenten verschwinden allerdings auch 80'000 Fr. Das Risiko nehmen wir auf. Das ist kein Problem für uns. Denn für uns in dem Sinne, die Drogenfreiheit, ein riesiges Verkaufsargument ist, erstens. Und zweitens, weil wir auch von unserem Leitbild her für die Gesundheit von unseren Leuten Verantwortung übernehmen wollen. Und Leute, die z.B. Cannabis konsumieren, das wollen wir nicht. Im festen Glauben, dass es immer weitergehen möge, baut man in Zuorts derzeit für 40 Mio. Fr. aus. Zunächst 60 neue Zimmer für Mädchen. Denn diese sprechen am ehesten auf Schönes und Neues an. Balzmüller ist stolz auf seine Eigenständigkeit. Dennoch sind auch im Engadin Wachstum und eine globale Ausrichtung die Gebote der Stunde. Wofür in Zuorts die rund 80'000 Fr. Jahresgebühr ausgegeben werden, sehen Sie auf unserer Internetseite. Wofür in Zuorts